Klapp und Kühle Kampf! Für beide ist es jetzt der dritte Kampf am heutigen Tag. Ihr habt gesehen, wie anstrengend die Kämpfe sind. Servus, Becker! Aber den Kampfeswild sieht man beiden an durch die kleinen Helmschlitze. Der Kampfeswild ist ungebrochen. Es werden viele Treffer gezielt. Klapp und Klapp und Klapp und Klapp und Klapp. Klapp und 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 Klapp Jawoll, Micha. Stopp! Kämpfer auf die Beplätze.